Hallo zusammen, ich bin Ranja im vierten Lehrjahr als Geomatikerin. Heute gebe ich euch einen kleinen Einblick in meine Ausbildung bei der Gemeinde Halwil. Kommt mit! Die Gemeindeverwaltung ist in verschiedene Dienstleistungszentren unterteilt. Abteilung Geomatik befindet sich im DLZ Bau, Energie und Umwelt. Geomatiker mit Schwerpunkt amtliche Vermessung sind Fachpersonen für die Erfassung, Aktualisierung, Darstellung, Verwaltung und Auswertung von unbezogenen Informationen. Mit Präzisionsinstrumenten wie dem Tachymeter vermessen wir unter anderem Liegenschaftsgrenzen, Gebäude, Strassen, Muren oder Brücken. Die GAU-Informationen sind dann Grundlagen für Raum- und Bauplanungen. Bei diesem Projekt musste ich neue Grenzbefünkte abstecken. In der Bauvermessung erstellen wir digitale Geländemodelle, stecken im Gelände Gebäudekanten ab und arbeiten am Computer mit spezialisierten Programmen. Im Baubewilligungsverfahren sind die Lernenden direkt eingebunden und können in der Bauvermessung diverse Bauprojekte von der Planungsphase bis zum vollendeten Bau begleiten. Wenn der Beruf dich interessiert, komm doch mal zu uns schnuppern! Schaffst du gerne draussen und am Computer? Kannst du strukturiert und genau arbeiten? Hast du ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen? Dann bewirre dich bei der Gemeinde Halwil! Komm doch mal! Entfernen! Willst du eine große Lieblingsruhe! Wir Magn Armor haben schon wieder auf die Geräusche uns dort local doch ein!